Ich baue von der Seite von deren Base aus ein. So, Aufnahme bringt eigentlich überhaupt nichts mehr. Ist schon viel zu lang, wenn ich das Deathpush folge. Ich weiß. So, der zweite portet sich jetzt auf. Ich gehe gleich Mitte, wenn der fertig ist. Der ist ja schon fertig geportet. Hat er abgebrochen? Warte, äh. Ich ziehe den, äh, kurz eben weiter. Du kannst Mitte gehen. Ich weiß halt nicht, ob der wirklich gegangen ist. Äh, ja, schau über uns. So wird zuerst gegangen. So, Junge, du bekommst jetzt zurück. Komm her. Nice one. Ist er ein Korp? Ja. Lass ihn sich freibauen. Hast du ihn? Nice, Junge. Richtig nice. Verdient, Alter. Der andere kommt. Ja, er hat, er hat noch nicht Stärke gesoffen oder so. Ich glaube nicht, dass er mit Stärke kommt. Sind die Echte, um EPS zu machen? EPS, EPS, EPS. Okay, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Er ist da. Oh, wo ist er? Beim Bett. Ich bin down. Er hat aber keine Stärke, hat nur Eisenschwert. Das heißt, es wird bei unserem Respawn Code nix bringen. Scheiße. Bin runter. Kannst du ihn weiter abhalten? Ne. Hab ihn abgehalten. Hab ihn. Nice. GG. Alter, das war richtig nice.